Und dann werden wir mal sehen, denn ich fand es schon jetzt über die letzten Wochen sehr erschreckend, was da genau passiert ist. Weißt du eigentlich, was nach dem Trocknen deiner Ernte überhaupt nicht passieren darf? Nein, weiß ich nicht. Zum einen, dass du deine Ernte nicht zu feucht lagerst, damit deine Ernte nicht in deinem Behälter anfängt zu schimmeln. Und zweitens? Und zweitens, dass deine Ernte nicht zu trocken gelagert wird, denn wenn du die Trockenernte weiter trocken lagerst, was passiert? Trichome zerfallen, dein Ernte-Endprodukt wird erheblich verschlechtert und die Konsumfähigkeit wird mangelhaft und das wirst du dann beim Konsumieren definitiv merken. Kratzen im Hals, Husten und wie bereits gesagt, Verlust der Wirkstoffe und das will doch wirklich keiner. Oder das hier sind die drei wohl bekanntesten Produkte für die Nachtrocknung bzw. Lagerung und Veredelung deiner Ernte. Proveda, Integra Boost und die Growth Bags. Wo die Vorteile liegen sollen, wie die Produkte funktionieren, wie hoch die Kosten sind und vor allen Dingen, wie die bei mir performt haben. In den ersten Stunden siehst du beispielsweise oben rechts im Video. Mein Gott, ich muss nach oben links zeigen, aber oben rechts sagen. Ich weiß, ein bisschen verwirrend, aber für mich umso verwirrender. Da oben kannst du auf jeden Fall gerne mal reinklicken, bevor du hier weiterschaust, weil da wird nochmal alles von Anfang bis Ende erklärt. Bevor wir jetzt hier weitermachen mit dem finalen Endergebnis. Und genau jetzt geht's los mit dem finalen Härtetest der drei Produkte. Ausgangswerte der Luftfeuchtigkeit in den Behältern, konnte man wie gesagt in dem ersten Video schon sehen, lag bei ungefähr 67%. Und nach 48 Stunden sah das Ganze so aus. Hier mit dem Integra Boost Pack waren es 69% Luftfeuchtigkeit. Von anfänglichen 67%. Hm, also tatsächlich erstmal um 2% höher gegangen das Ganze. Obwohl ein 62% Integra Boost Pack in dem Behältnis lag. Und es liegt noch immer drin, aber das gucken wir uns gleich an. Und da bin ich jetzt schon mal gespannt, wie das Ding jetzt nach mehreren Wochen aussieht. Und bei Boveda sah es genauso aus. Am Anfang 67% Luftfeuchtigkeit und dann nach ungefähr 6 Stunden war die Luftfeuchtigkeit um 2% schon geringer, was erstmal gut war. Und nach insgesamt 48 Stunden lag die Luftfeuchtigkeit jetzt nicht mehr bei 67%, auch nicht mehr bei 65%, sondern bei 64%. Was ja schon mal besser ist, aber auch noch nicht so ganz die 62% Marke erreicht. Hm, aber immerhin schon mal ein gewisser Effekt spürbar. Und jetzt das Growth Pack. Klar kann man anfangen auch bei 68%, hat es dann nicht irgendwie hingekriegt innerhalb von 6, 8 Stunden da irgendetwas zu verändern. Aber dann nach 48 ist was passiert und zwar... Nichts. In der Produktbeschreibung und auf dem Growth Pack steht drauf, wird reguliert auf 58 bis 62% Luftfeuchtigkeit. Aber da ist leider nichts passiert. Okay, also nach 6 Stunden noch nicht viel passiert, nach 48 Stunden auch noch nicht sonderbar viel. Obwohl die Produkthersteller alle sagen, dass nach ungefähr 48 Stunden der volle Effekt der Produkte dann auch komplett entfaltet wird. Hat es bisher nur mit einem Boveda Pack funktioniert, die Luftfeuchtigkeit zu reduzieren. Ich habe das Ganze natürlich jetzt über die letzten Wochen komplett einmal durchgezogen. Und zwar auch nach Herstellerangaben, was Lüften und Temperatur und alles andere angeht. Und natürlich an alle Kritiker jetzt nochmal draußen die Information. Alle drei Produkte wurden direkt nebeneinander in dem gleichen Raum aufbewahrt. Und da herrschen für alle drei Produkte natürlich auch gleiche Luftfeuchtigkeitsverhältnisse sowie Temperaturverhältnisse. Und da ich die drei Produkte alle zusammen im Keller gelagert habe, hat sich da auch tatsächlich ziemlich stark die Luftfeuchtigkeit verändert. Teilweise von 55 bis 75 oder sogar an einem Tag sogar auf 80% Luftfeuchtigkeit. Ich würde sagen, ich zeige euch jetzt gleich live einfach mal, wie das Ganze aussieht. Ich hole die Produkte nach vorne und öffne sie mit euch. Und dann werden wir mal sehen. Denn ich fand es schon jetzt über die letzten Wochen schon sehr erschreckend, was da genau passiert ist. Eine wichtige beiläufige Information noch für die Leute, die jetzt beispielsweise das genauso machen, hier einfach in diesen schönen Behältnissen oder hier beispielsweise in einem Growth Bag. Guckt, dass ihr da keinen Blindflug macht. Kauft euch in irgendeiner Form kleine Thermohygrometer. Die sind so klein und die passen fast überall rein und die sind auch recht zuverlässig. Und vor allem kosten die wenig Geld. Da gibt es meistens so Pakete. Und genau das verlinke ich euch nochmal unten in der Videobeschreibung. Und genau so könnt ihr mich ja auch indirekt unterstützen, indem ihr einfach runtergeht in die Videobeschreibung und da den Amazon-Link anklickt. Und ihr bezahlt nicht einen Cent mehr. Ist das nicht eine tolle Sache? Und ja, Boveda und die anderen Produkte parke ich euch natürlich auch unten alles in die Videobeschreibung. Danke dir, dass du mich hier unterstützt. Und jetzt weiter hier mit dem Video. Und was ich definitiv noch als Info mit auf den Weg geben möchte, ist, In diesem Test hier ist die Ernte nicht furztrocken runtergetrocknet gewesen. Und vielleicht performen die Produkte einfach besser, wenn die Restfeuchte in den Blüten einfach geringer ist als jetzt in unserem Test. Vielleicht werde ich diesen Test dann auch nochmal machen mit ganz furzgetrockneter Ernte. Gerade so wie die Ernte auch ist, die man beispielsweise als medizinisches kann ein bisschen in Apotheken bekommt. Weil diese drei Produkte hier ja nicht nur dafür da sind, um irgendetwas, was so runterzutrocknen, sondern halt auch ganz trockenes Material wieder ein bisschen Feuchtigkeit zu geben. Und ja, vielleicht dann auch hier aus dem neuen Studio. Und ja, hier ist noch eine Baustelle. Wenn ihr da lang gucken würdet, dann würdet ihr wahrscheinlich denken, Alter, was ist denn das für ein Messie? Aber hier steht gerade alles voll. Das haben wir gerade erst dran gemacht, aber der Rest kommt später. Und hier wird dann unsere neue Kommandozentrale, wo ihr dann möglichst viel auch mitnehmen könnt. Und dann auch hoffentlich auf Twitch und überall anders. Dann hier aus der High-Performance-Kommandozentrale, aber dazu in den nächsten Videos mehr. War ein relativ heftiges Investment und deswegen kannst du mir mal gerne zeigen, wie toll du das findest, dass wir uns hier weiterentwickeln, indem du jetzt einfach mal runtergehst, dem Video ein Like dalässt und vor allen Dingen, dass du dann auch nochmal kommentierst. Und vor allen Dingen, wenn du es noch nicht bisher getan hast, dem Kanal einfach mal dein Abo dalässt. Das ist kostenlos und bringt uns hier auf YouTube natürlich sehr viel. So und jetzt gucken wir uns das Endergebnis an von unseren drei Produkten. Wie sieht es mit der Luftfeuchtigkeit nach mehreren Wochen Lagerung aus? Live und in Farbe. Nehmen wir das Ganze hier mal raus. So, dann sieht das Ganze auch ein bisschen schöner aus. Übrigens, wenn der Ton nicht hundertprozentig cool ist, denn hier fehlen aktuell noch die Schallabsorber. Gucken wir uns das hier, ne, komm, das gucken wir uns zum Schluss an. Das ist nämlich hier, ne, Growth Pack, sehen wir ja sofort. Und hier drinne, schauen wir mal, welches Produkt hier drin ist. Und zwar das Integra Boost Pack. Okay, 62% Luftfeuchtigkeit jetzt nach ungefähr drei bis vier Wochen. Schauen wir mal, wie sich das Integra Boost Pack da geschlagen hat. Gucken wir mal, hier haben wir sogar beide drin. Und zwar haben wir hier tatsächlich, ne, so sehen wir es auch, 67% und 68% Luftfeuchtigkeit. Also hier hat sich eigentlich so gut wie gar nichts geändert. 68%, 67%, so war es am Anfang auch. Und ja, guck mal hier, 62% sollten es eigentlich sein. Und das ist auf jeden Fall aus meiner Sicht schon mal fair geschlagen. Schade, aber wie gesagt, eventuell funktioniert es besser. Habe ich ja gerade schon mal erklärt, wenn man das Ganze trockener einlagert und das Ganze dann entsprechend dann verwendet. Aber was man hier sieht, ist, ja, 63% Luftfeuchtigkeit mit dem Boveda Pack. Also da funktioniert es zumindest, von der etwas feuchteren Erntemasse auch ins Trockene zu gehen. Also von 67% auf 62%, beziehungsweise 63%. Das hat auf jeden Fall richtig gut funktioniert. Und hier machen wir den Deckel mal drauf, weil es duftet, sobald der Deckel auf ist. Und da kommen wir nämlich auch schon zu dem letzten Produkt. Da ist mir nämlich ganz besonders wichtig, hier riecht es. Und zwar genau, wenn ich hier oben am Spalt rieche. Gut, das Ding macht man ja hin und wieder mal auf zum Lüften. Und was soll ich euch sagen? Also wenn ich hier rieche, rieche ich gar nichts. Sobald ich aber meine Nase hier oben dran halte, riecht es. Hier kommt nämlich Geruch raus, obwohl ich hier auch den Verschluss sehr feste, dicht zugedrückt habe. Aber beim regelmäßigen Öffnen, dann kann es schon mal sein, dass sich dann hier irgendwelche Reste, Trichome ablagern. Und das ist auf jeden Fall, keine Ahnung der Grund, aber auf jeden Fall schließt das nicht hundertprozentig luftdicht ab. Und hier riecht man das Ganze auf jeden Fall schon ziemlich gut. Wenn man die Nase dran hält, wenn man das Paket jetzt hier drin stehen lassen würde, würde es man wahrscheinlich dann auch hier in der Raumluft wahrnehmen. Hier riecht überhaupt nichts, aber hier oben. So, aber das ist jetzt gerade gar nicht das Wichtige. Und jetzt gucken wir uns mal an. Normalerweise am Anfang waren es 67%. Sollten das jetzt irgendwas zwischen 58% und 62% Luftfeuchigkeit sein. Aber, tada, 67% Luftfeuchigkeit. Hier drin hat sich tatsächlich die Luftfeuchigkeit nicht verringert. Krasses Ergebnis, wenn du mich fragst. Und übrigens gleich nochmal zwei wichtige Informationen für dich für die Zukunft in puncto Trocknung, Fermentierung, Curing. Und natürlich die Frage, welches Produkt würde ich euch empfehlen, wenn ihr das genauso machen wollt. Und natürlich warum. Also, alle dieser drei Produkte kosten wirklich nicht viel und normalerweise sollten sie ihre Arbeit tun. Deswegen, weil sie es hier nicht getan haben, werde ich auch nur das eine empfehlen und zwar Boveda. Boveda wird übrigens auch genutzt von Apotheken, Löwenhorn Apotheker als Beispiel. Die wissen wahrscheinlich auch genau, warum sie genau Boveda nehmen und jetzt nicht irgendeines der anderen Produkte. Aber ich möchte hier auf jeden Fall keines dieser Produkte schlecht reden, nur weil sie bei mir jetzt, bei dieser feuchten Erntemasse, nicht so gut performt haben. Wenn es bei dir beispielsweise richtig gut bisher funktioniert hat, ja, dann teilt es mal gerne unten mit in den Kommentaren. Nur bitte dabei einen lieben und respektvollen Umgangston an den Tag legen. Und ja, die wichtigen Sachen für die Zukunft gebe ich euch gleich natürlich noch bekannt. Bleibt ruhig. Wenn ihr jetzt ein Boveda nehmt, ja, dann solltet ihr auch ein anständiges Behältnis nehmen. Entweder beispielsweise hier so eine Edelstahlgeschichte, luftdicht verschlossen mit Dichtungslippe. Da gibt es jetzt beispielsweise, müsst ihr nicht die nehmen, aber die nehme ich. Das sind die hier von NV Grinder. Link habt ihr jetzt einmal da. Da könnt ihr mal rauf gehen und da gibt es auch noch einen Gutscheincode. Und in diesem Shop könnt ihr euch mal umgucken, denn da gibt es noch so viele andere Sachen, wie beispielsweise Grinder und das ganze Zubehörkram. Boveda hat auch nochmal so ein ähnliches Ding, aber dazu dann nochmal in eines der nächsten Folgen. Und ja, jetzt kommen die wichtigen Sachen für die Zukunft. In keines der Behälter in irgendeiner Weise Schimmel war. Ich habe da mal so ein bisschen reingeguckt, nach und nach. Und nein, kein Schimmel. Das Ganze war anständig gelagert und auch zum Glück anständig runtergetrocknet auf 67 Prozent ungefähr, wie wir ja vorhin festgestellt haben. Und kein Schimmel da, obwohl die einen Produkte hier nicht so gut performt haben. Und da die Luftfeuchtigkeit ja in den Behältern teilweise 67, 68 Prozent noch hatten. Zum Thema Trocknung und vor allen Dingen Veredelung eures Ernte-Endproduktes. Jo, da können wir in der nächsten Zeit so richtig coole Sachen machen. Jetzt haben wir hier erstmal in dem ersten Video, beziehungsweise in dem zweiten Video, die erste Methode kennengelernt. Und zwar möglichst einfach bei dir zu Hause mit wenig Investment. Und in dem nächsten Video kommen wir bereits zu der nächsten Geschichte. Und zwar in einer Holzbox, wo man das Ganze dann sogar trocknen kann. Und zwar geruchsfrei. Und danach werden wir hier weitere Produkte zeigen, wie beispielsweise den Kennertroll. Also richtig krasse Geräte, die dein Zeug innerhalb von wenigen Tagen auf den perfekten Punkt trocknen. Und auch noch gleichzeitig veredeln. Und da wird es noch einige geile Videos geben. Aber für diejenigen von euch, die das noch nicht haben und vor allen Dingen noch nicht geerntet haben, aber vielleicht kurz davor stehen, ja, für die habe ich auch noch ein Video. Und zwar dieses hier. Da könnt ihr gerne mal reingucken. Und hier unten seht ihr nochmal die komplette Videoserie zum Thema Eigenanbau bei dir zu Hause. Und dabei wünsche ich dir ganz viel Spaß. Vielen Dank.